Niantic, wann kommt denn endlich das nächste Update und damit geht es weit aus der Welt von Pokémon GO. Darüber werde ich auch heute ein bisschen quatschen, Updates und so die Zukunft von Pokémon GO. Das Gameplay im Hintergrund, ganz kurz, ich war heute bei einem Nest, wo ich noch nie war, im Motivpark in Wien. Und dort habe ich nämlich herausgefunden, dass angeblich ein Fucano Nest ist. So, und das hat auch gestimmt, im The Silk Road Global Nest Atlas war das eingetragen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, oh nein, hat sich da wohl jemand ein bisschen verschaut oder so. Und das ist das falsche Nest, weil ich sehr, sehr, sehr viele Mouchas gesehen habe. Aber ich kenne diesen Motivpark nicht so gut und das ist anscheinend ein Doppelnest. Im östlichen Bereich sind eher Mouchas und im Nordwesten gibt es Fucano. Das heißt, finde ich sehr fein, so ein Doppelnest, da hat man ein bisschen mehr Abwechslung. Danach, nachdem ich diese vier Fucano innerhalb kürzester Zeit gefangen habe, zeige ich noch kurz wie acht, fünf Kilometer Eier aufgehen. Und da muss ich sagen, da kann man sich drauf freuen. Also ich habe mich extrem gefreut. Die Ausbeute war genial, sehr genial sogar. Aber sieht man dann später und ganz am Ende will ich das ausleiten mit ein bisschen Straßenbahn Gameplay. Das habe ich auch mal wieder getestet. Es war einfach so kalt, ich musste mich richtig überwinden, um heute rauszugehen. Da dachte ich mir, nehme ich mal die Straßenbahn und ja, weil Kälte und so. Genau, ein seltenes Pokémon war sogar dabei. Das will ich aber noch nicht spoilern. Das werde ich einfach reinschneiden und da darf man sich dann überraschen lassen. Also, es ist jetzt schon eine Zeit lang her, seit das letzte wirklich halbwegs umfangreiche Update aufgespielt worden ist. Niantic hat sich da ganz gut über die Feiertage und so geschummelt mit den ganzen Events. Die waren und sind noch immer sehr genial, keine Frage. Aber ich bin mir sicher, dass Niantic nicht auf der faulen Haut gelegen ist die ganze Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns in Zukunft auf irgendetwas freuen dürfen. Die ersten Baby-Pokémon der zweiten Generation sind jetzt schon Weilchen her. Im letzten Jahr war das. Hahaha, sehr lustig. So, und ja, es hieß ja, dass sie in den kommenden Wochen und Monaten neue Pokémon rausbringen möchten. Und die Baby-Pokémon, das war eben der erste Wurf sozusagen. Also, und wenn alles stimmt, dürfte es so in etwa fünf Tagen die nächste große, in Summe elfte, Neständerung geben. Am 12. Januar 2017, so in etwa. 12. oder 13. irgendwie so um den Dreh. Und meistens, nicht meistens, aber es ist immer so, Update-Neständerung, Update-Neständerung. Und oft machen sie es auch, dass bei einer Neständerung ein Event kommt, wenn es denn ein Event gibt. So war es zumindest, ja, so war es schon häufig. Ja, das heißt, wenn das stimmt, dann würde es noch eine Woche dauern bis zum nächsten Update, weil in dieser Woche, jetzt ist Wochenende, da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Nächste Woche dann wieder Neständerung. Die Kälte hat ihren Höchstpunkt erreicht. Niantic, es wäre mal wieder Zeit, denke ich, was rauszuhauen. Jetzt, und ich finde es noch immer krass, irgendwie so die Log-Module. So viele Log-Module sind aktiv, einfach nur für Einzelte. Keine Hotspots, wo man in irgendwelchen Parks sitzen kann. Ich meine, bei den Temperaturen kann man verstehen, aber so viele Leute werfen Log-Module an und sitzen wahrscheinlich zu Hause rum, schön warm, mit einer Decke eingekuschelt und so und fangen alle drei Minuten ein Pokémon. Ist natürlich ganz nett, so eben vorbeigehen, aber ich will mich da nicht, ich weiß nicht, zu einem Haus stellen und darauf warten. Da müsste ich klingeln und fragen, hey, wer hat das Log-Module angeworfen? Kann ich zu dir raufkommen, einen Tee trinken? Äh, genau. Also auf jeden Fall, entweder die ändern jetzt den Rhythmus, weil Feiertage und so, vielleicht hat sich da was geändert bei denen. Oder es dauert noch mindestens so zehn Tage, bis das nächste Update auf uns zukommt. Aber dann, denke ich mal, dürfen wir uns auf was Größeres freuen, wenn es jetzt schon länger nichts mehr gab. Ja, so viel mal dazu. Außerdem, wenn sie das wirklich gut gebacken bekommen mit dieser Abwechslung, dass es Events gibt, dass es schöne und gute Neständerungen und allgemein Änderungen an den Fundorten der Pokémon gibt und dass es feine Updates gibt, dann glaube ich, steht auch für 2017 Pokémon noch eine lange Zukunft bevor. Und ich würde das vielleicht fast sogar mit WoW World of Warcraft vergleichen, weil das Game gibt es seit 2005. Zwölf Jahre bereits und, naja, zwölf Jahre nicht, aber wenn man sich nur die Jahreszahl ansieht, dann sind das zwölf Jahre. Immer neue Add-ons, neue Updates, neue Dungeons, neue, dies, neue, das. Natürlich, Spiele kommen und gehen, aber zwölf Jahre. Und es gibt sogar Online-Rollenspiele, die noch länger bestehen. Und ich denke mal, das Konzept von Pokémon, wenn eben neue Inhalte nachgeliefert werden, wie zum Beispiel ab und zu mal neue Pokémon, neue Events und irgendwie noch so ein bisschen was in der Art von Arena-Gameplay, denn Arenen sind definitiv eine Langzeitmotivation, würde ich sagen. Wenn sie da bald bleiben, will ich sagen, dass das Spiel dann zwölf Jahre überleben kann, aber die Pokémon-Reihe gibt es ja schon ziemlich lange und das, ja, 20 Jahre. Das 20-jährige Jubiläum wurde erst gefeiert. Ich muss sagen, ich würde mich so in zwei Jahren noch immer Pokémon Go spielen sehen. Vielleicht nicht mehr so intensiv, dass ich eine Nest-Tour mache und so weiter, aber allgemein, ja, warum nicht? Zu den Nestern auch noch eine Sache. Mittlerweile, so wie es jetzt ist, lohnt es sich nicht, im Nest zu bleiben, wenn man schon alle gefangen hat. Also, ich habe das Nest gesehen, war dort, habe dreimal Fucano am Tracker gehabt, habe die gefangen, dann bin ich ein bisschen weitergelaufen, plötzlich ist ein neues aufgetaucht, Nummer 4. Aber dann lohnt es sich eigentlich nicht mehr, in diesem Nest zu warten, weil die meisten Pokémon jetzt sowieso entweder 30 oder 60 Minuten lang da sind. Das heißt, man fängt die alle einmal und danach kann man in einer Stunde wieder vorbeischauen. Dann sind diese mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder da. Aber wie gesagt, es ist unnötig, jetzt in diesem Nest noch rumzulaufen. Das war früher, wo die meisten Pokémon nur 15 Minuten aktiv waren, war das ganz anders. Da war es natürlich ganz gut, wenn man im Nest seine Runden gedreht hat, wenn man nicht wusste, wann kommen die genau und so. Aber mittlerweile Nest irgendwo raussuchen in der Facebook-Gruppe oder Nest Atlas, wie gesagt, irgendwelche anderen Seiten und Apps, wo man die Nester eintragen kann oder einfach Freunde fragen, denn 5 Tage noch, wie gesagt, dürften es sein und danach wird wieder alles durchgemischt. Dann kann sich natürlich einiges verbessern oder auch verschlechtern. Und da dachte ich mir, Fucano ist ganz nett, denn warum möchte ich Fucano-Baumgons sammeln? Um mein 100%iges Arcani namens Archeano Reaves, aber Reaves steht nicht in seinem Namen, weil es zu lange ist, um mein 100%iges Archeano hochzuleveln, weil ich jetzt schon auf die 38 zugehe, sage ich mal. Man sieht zwar erst bei meiner Erfahrungspunkte-Leiste etwa 55% zum Level ab, aber niemand weiß, wie viele Süßigkeiten ich noch auf der hohen Kante habe. Und das sind, Moment, ich will das mal kurz überschlagen, mit Taubsee, Radfratz, Habitag sind das Erfahrungspunkte im Gegenwert von etwa 600.000 EP. Genau. Das ist eine Menge. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Ich will diese Entwicklungen mal durchführen, wenn ich mich... Ich meine, das müsste ich jetzt noch machen, solange das Log-Modul-Event läuft. Ich will mich in ein Café setzen und dort Log-Module aktivieren und eben in der Wartezeit dann die Entwicklungen durchführen, sodass ich mit Glücksei, Log-Modul und Entwicklungen da voll und ganz profitieren kann. Aber es ist echt schwer, ein gutes Lokal zu finden, muss ich sagen, wo man auch ein gutes Signal hat und wo es zwei Log-Module gibt. Es gibt in der Wiener Innenstadt ein Café, das Café Landmann. Da ist es aber besser, wenn ich mir einfach mal für 20 Euro Pokecoins kaufe. Denn wenn man sich dort so ein Stückchen Kuchen nimmt, mit irgendwie einem Espresso, kommt man da schon auf 5.000, 7.000 Pokecoins oder so. Abgesehen davon würde ich mir sowieso keinen Kuchen nehmen, aber genau. Das soll sich ja auch irgendwie rentieren. Na gut, ja. Wer es nicht mitbekommen hat, nochmal zusammengefasst. Es war ein richtig guter Tag. In den Eiern. Ich habe richtig gelacht. Fucano. Einfach so Fucano. Ich dachte mir, das passt doch perfekt wie die Faust aufs Auge. Zuerst war ich im Fucano-Nest und dann habe ich noch Fucano aus dem Ei bekommen. Dann aber Porygon zählt ebenfalls zu den seltenen 5 Kilometer Ei-Pokémon. Und es wird ja in der zweiten Generation ein Porygon 2 geben. Und das ist, glaube ich, dann ziemlich stark. Und von daher habe ich mich darüber ebenfalls gefreut. Und Pichu bekommen. Warum nicht? Das waren bei 8 Eiern drei sehr gute, muss ich sagen. Das seltene Pokémon, von welchem ich gesprochen habe. 1.700er Turtok in der Wildnis mit Aquagnare Hydro-Pumpe. Das heißt, bestes Moveset meiner Ansicht nach. Und ein sehr guter Wasserangreifer, wie auch immer. Ja, was man alles in zwei Stunden in der Wildnis erlebt. Bei minus 5 Grad oder so. Für jetzt muss ich mal sagen, war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop, boop.